Hallöche meine Lieben, dann fange ich mal an mit ich benutze was ich habe und zwar habe ich irgendwann im letzten Jahr mir dieses Doodle Bug Set geholt und zwar ist das my happy place und ich zeige euch mal was alles drin ist jede menge ich wollte das die ganze zeit schon verbasteln aber ich bin wie gesagt gar nicht dazu gekommen also wir haben kleine buttons da drin und zwar mit häusern und bäumchen und so die man als knöpfe irgendwie unterbringen kann dann gibt es kleine eyelets die da drin sind dann chunky breads ja also breads kennt er mit sicherheit alle dann gibt es tokens also auch so was wie knöpfe die damit bei sind dann gibt es kleine schüttel elemente die hier mit bei sind dann gibt es kleine wäscheklammern dann gibt es noch ein paar breads mit blümchen und herzen und also kram dann gibt es bänder und zwar so pink gestreift dann gibt es was ist das instruction templates ja also irgendein schmetterling ich weiß noch nicht was das wird aber chipboard butterfly make a perfect decoration for any bedroom or playroom okay also das ist ein schmetterling den man sich gestalten kann wie ihr hier seht ne und den man dann aufhängen kann also so eine art mobile gut ist jetzt nicht das was ich zum karten basteln auch dann habe ich hier so eine ausstandsteile text und so kram labels und text genau dann habe ich noch mehr breads in mini in türkis und gelb dann habe ich paper frills ja also eine bordüren dinger hier die man ranmachen kann an die karten dann habe ich for you labels dann ein sticker bogen mit blumen schmetterlingen und ja viel glitzer dann einen ach so es geht auf der anderen seite weiter also ein alphabet das ist aus cardstock ja mal gucken wie wir das verbasteln dann noch ein in pink cardstock stickers also die anderen sind auch stickers also auch hier beidseitig so und dann ich muss noch ein bisschen beiseite packen sonst habe ich gar keinen platz hier waren papiere bei die sehr glitzerig sind wie ihr seht oder auch nicht ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt dass es hier glitzert das glitzert hier überall genau und zwar einmal hier kariert und auf der anderen seite in so baum optik in so mint dann mit blümchen und auf der anderen seite ja so ja kariert eben ich würde da wahrscheinlich eher das benutzen dann hier mit zusammen mit zu ornamenten drauf und auf der anderen seite ist nichts also das ist nur einseitig dann mit viel glitzer in gelb mit punkten und auf der anderen seite ist auch nichts dann gibt es hier ja so ein wochenplan der auf der anderen seite aber zum glück papier hat nämlich so eins in grün dann noch eins mit viel glitzer und ornamenten und auf der anderen seite ist nichts dann noch eins in so pink rot auf der anderen seite ist mit viel glitzer und dann muss man gucken ich glaube das sind zwei genau eins mit schwarz blumen und glitzer und auf der anderen seite sind die klein blümchen in schwarz weiß dann ein velum papier ich weiß nicht ob das glitzert weil alles drüber lag oder weil es glitzern soll genau ein schwarzes velum papier mit punkten und zum schluss noch ein die hat bogen also die kann man sich raus trennen oder sind sogar aufkleber ich weiß was kann ich muss mal gucken love notes ja also sind sticker genau dass damit möchte ich karten basteln wie vieles werden weiß ich noch nicht ich weiß auch noch nicht ob ich alles verbasteln werde weil wie gesagt dieser schmetterling zum beispiel ist was was ich da jetzt gar nicht reinnehmen würde ich weiß auch nicht ob ich diese buchstaben hier unbedingt mit rein nehmen würde das würde ich erst mal beiseite packen aber alles andere würde ich irgendwie versuchen zu verbasteln in karten und weil natürlich dieses papier nicht reicht würde ich mir vom normalen cardstock den ich habe die passenden papiere dazu suchen und ja dann loslegen und ja ich bin also ich werde das ganze mit filmen natürlich ich weiß aber noch nicht ob ich dann im schnelldurchlauf zeige dass ihr sehen könnt was ich für karten gebastelt habe oder ob ich euch am ende nur zeige was bei rausgekommen ist denn ich glaube das könnte ein sehr langes video werden sonst und selbst wenn ich es im schnelldurchlauf mache wird es vielleicht wirklich eine stunde aber vielleicht mache ich das auch so genau ich filme das alles mit und ich zeige dann erstmal alle karten die entstanden sind und die leute die sich das weiter angucken möchten und gucken möchten wie ich die gemacht habe die karten die können weiter gucken und alle anderen können dann eben abschalten dann ist keiner gezwungen um alle karten zu sehen bis zum ende durchzuhalten genau das ist mein plan und ja ich weiß nicht wie lange ich brauche ich werde mal schauen aber so ist der plan ich möchte dieses set nämlich endlich verbasteln ich habe das schon sehr lange ich glaube bestimmt dreiviertel jahr und dementsprechend wird es jetzt mal zeit das dann auch zu verbasteln und ja ich bin gespannt wie viele karten bei raus kommen und werde euch da definitiv mitnehmen also wir sehen uns dann beim making of beziehungsweise beim zeigen was entstanden ist bis dann tschüss so ich muss mir die kamera anders machen sonst geht das hier nicht jetzt habe ich nicht alles verbastelt also ich habe auch gar nicht alles geschafft denn wie es meistens so ist das leben 1.0 hat immer irgendwelche überraschung parat ich habe also diese 30 x 30 blätter in 15 x 15 geschnitten und davon seht ihr sind hier noch ein paar übrig und ich hatte mir passende papiere dazu rausgesucht auch die habe ich jetzt hier mit rein gemacht es wird also noch einen zweiten teil davon geben ich habe auch von denen nur ein paar breads benutzt und eine klammer beziehungsweise zwei hier seht ihr die papiere die ich mir dazu rausgesucht habe das ist jetzt jedenfalls erstmal der rest der übrig ist wie gesagt es gibt einen zweiten teil und natürlich von den aufklebern sind auch noch ein paar übrig davon auch die buchstaben hatte ich ja vorher gesagt dass ich die wahrscheinlich nicht verwenden werde also das ist der rest vom schützenfest und genau ich zeige euch jetzt mal was ich gemacht habe ich habe es geschafft 18 karten zu machen wobei ich dazu sagen muss dass ich immer jeweils zwei gemacht habe also im prinzip neun unterschiedliche karten jeweils zwei und ich fange mal an das sind die ersten beiden die ich gemacht habe beziehungsweise ich kann euch die reihenfolge nicht sagen ich habe es ja vorab angekündigt ich zeige euch jetzt die karten die ich gemacht habe und danach zeige ich euch wie ich sie gemacht habe wobei ich nicht alles mit gefilmt habe weil wie gesagt das leben 1.0 eben doch ein paar überraschungen gut hatte und ich dann zwischendurch therapie basteln gemacht habe und manchmal vergessen habe die kamera anzuschalten aber ich zeige euch zumindest so weit wie es geht was ich hier noch machen werde ist ich werde hier unten noch restpapiere reinmachen aber das erst wenn ich wirklich alles soweit verbastelt habe also das sind karte eins und zwei dann habe ich karte drei und vier auch da kommt innen dann noch papier rein wenn es denn soweit ist dass alles verbastelt ist vielleicht würde ich euch dann höhere machen damit ihr das auch seht so entschuldigt bitte ja grobmotoriker heute so karte 5 und 6 karte 7 und 8 karte 9 und 10 also ich habe sie vom sketch her immer gleich gehalten also annähernd und dann eben nur versucht diese aufkleber und so zu benutzen wo waren wir 8 und 10 9 und 10 11 und 12 da habe ich wie gesagt hier die kleine wäscheklammer benutzt und ein paar text mit benutzt dann habe ich die 13 und die 14 die 15 und die 16 und 17 und 18 das ist das was ich jetzt erstmal aus dem papier soweit gemacht habe und also mit sicherheit kann man nochmal doppelt so viel also beziehungsweise nochmal die gleiche menge an karten rauskriegen weil einfach wirklich noch genug papier übrig ist das problem was ich mir gestellt hat war dass manche farben eben nicht so miteinander harmonieren also speziell dieses rot war für mich sehr sehr schwierig das grün hätte ich wie gesagt auch mit dem türkisblau hier noch aber das war für mich ein bisschen schwierig aber ich habe es trotzdem versucht so gut wie möglich zu gestalten es war so viel extra in diesem paket drin das hätte ich gar nicht alles verbrauchen können also schon allein die ganzen breads hätte ich nicht verbrauchen können und genau auch diese blumen hier bordüren auch die hätte ich alle gar nicht verbrauchen können weil die eben rot sind und so viel rot war eben auch nicht am papier bei aber ich gucke mal was ich daraus noch zauber deshalb es wird einen zweiten teil zu doodlebuck my happy place geben zu dem value pack und ja vielleicht ist das ja erstmal inspiration für euch wie man kartensketche ich kann euch auch nicht sagen welche kartensketches sind ich gucke ja viele videos ich habe selber viele kartensketche hier ich hole mir jetzt nicht immer einen raus sondern ich mache das so wie ich es in erinnerung habe ob das dann immer alles passend ist weiß ich nicht aber es ist eben irgendwie von irgendeinem sketch genau ja also das sind meine 18 karten vorerst und im anschluss jetzt lasse ich einfach laufen im schnelldurchlauf ich mache musik runter dann könnt ihr gucken was ich gemacht habe bzw ich hoffe man kann es gut erkennen falls nicht könnt ihr hier auch abschalten das ist ja nicht schlimm denn es ging ja darum euch zu zeigen was ich daraus gewerkelt habe und ich wie gesagt ich habe mir das video noch nicht die videos es sind ja mehrere ich habe es also wirklich in mehreren tagen gemacht weil ich zwischendurch eben immer andere sachen zu tun hatte und ich kann euch auch nicht versprechen dass man alles sieht aber ich habe mich bemüht zumindest so gut wie möglich das ja aufzunehmen also von daher wer möchte kann dranbleiben und weiter gucken der nächste teil läuft dann wie gesagt und schnell ab mit musik und ansonsten hoffe ich wir sehen uns dann beim nächsten video ich weiß noch nicht wann es kommt ich weiß auch noch nicht was es wird wie gesagt ich habe momentan im leben 1.0 den kopf extrem voll und das hat jetzt auch erstmal alles vorrang und ja von daher ist ich kann euch nichts versprechen ich bemühe mich natürlich zwischendurch immer irgendwie was zu machen aber im moment ist das was im realen leben passiert eben viel viel wichtiger und da muss es eben erstmal wieder alles laufen also nicht mit mir sondern mit bei mir ist alles gut aber genau ich will euch da auch gar nicht involvieren also es ist leben 1.0 hat gerade mal vorrang aber das kennt ihr ja genau also wie gesagt entweder ihr bleibt dran und guckt euch das an was ich hier gewerkelt habe oder wie es gewerkelt habe oder wir sehen uns vielleicht im nächsten video und ansonsten bin ich auch immer noch dabei stanzen und stempel auszusortieren es wird also definitiv nochmal eine aktion geben dann aber nicht mit dem ersten kommentar sondern dann wirklich mit verlosung weil das wirklich ein bisschen anstrengend war mit dem stress den es da gab und das möchte ich natürlich vermeiden und ich möchte auch dass jeder die gleiche chance hat also von daher bis demnächst tschüss bis demnächst bis demnächst bis demnächst bis demnächst bis der Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.